recht herzlich willkommen zur 189 folge von city skylines ja wir haben letztes mal hier drüben dieses viertel mit heizung bestückt würde ich jetzt mal sagen wir haben hier ein paar dingens depo noch depo müllhalden gemacht und verbrennungsanlagen drei stück an der zahl da zwei der eine damit das da ein bisschen weiter geht ja das war das jetzt hat man natürlich heizenergie glaube auch noch reichlich über lass uns mal beim wasser reingucken das warme wasser brauchen wir da ist natürlich noch heizleistung da müsste man jetzt überlegen was man da ausbaut was mir danach also aufgefallen ist zum beispiel hier haben wir keine verbindung ist das gut ist das schlecht wenn irgendwo mal was ausfällt aber ich weiß nicht ob die leitung da unten irgendwelche brüche in der erde kriegen ich gehe mal fast von aus nicht geothermie herzkraftwerk das ist natürlich verschmutzung weniger lärmbelastung ist identisch nur verschmutzung ist hier weniger sollte man dann überlegen ob man das noch dabei macht na ist natürlich von der fläche größer wird aber auch sehr schön hier hinpassen und wir hätten noch mehr kann man aber auch woanders hinbauen denke ich muss nicht da sein lärmbelastung wäre da ich würde gerne gucken dass wir noch ein bisschen mehr ausbauen also da ist ja schon eins hier sind wir jetzt vielleicht sollten wir hier noch irgendwo sowas hin basteln bauen sie auch im bereich hier wäre es natürlich top das hinzukriegen dann kriegen wir da auch sag schon ja ein anschluss an heiße was erheizung dann würden die weniger strom verbrauchen in dem moment so groß ist das gar nicht dann müssen wir mal gucken kriegen was hier rein da leider auch nicht wegen der autobahnauffahrt hier oben hatten wir doch sowas in der nähe hier da geht es nicht aus kann man das auch drehen kann die karte drehen aber jetzt blöderweise nicht das kraftwerk auch der kopfhörer da dran er zeigt auch die lärmbelastung sozusagen dann lass uns doch mal gerade hier gucken dass wir hier noch die straße gerade erweitern wie ist das mit der straße die ist sechsspurig wahrscheinlich diese dann mit einem grünen streifen dran aber vielleicht diese dann da dran machen wir mal so und dann gehen wir wieder zum wasser hin und so dass wir das so wieder die nicht hinzubauen und kein geld oder doch oder was kostet spaß 55 kosten auch hier unten ist noch eine straße sehe ich gerade wieder eine autobahn auffahrt oder abfahrt bedeutet wieder straße machen ausgewählt was da jetzt hin ja da geht es jetzt hin so jetzt wollen wir noch den wasseranschluss da dran so und jetzt müssen wir die ganze sache updaten dass wir hier verbessern es wäre schön wenn man das irgendwie so hat auch ziehen geht auch jetzt geht es nicht mehr also da ist schon alles klar so mal kurz gucken das läuft so weit hier hinten ist es noch nicht ausgeschöpft das machen wir dann noch hin und dann gucken wir zu dass wir hier noch weiterhin kriegen die kriegen alle im warmen hintern jetzt die da drüben noch nicht da fehlt dieses stück deswegen geht das nicht so dann sind die auch alle glücklich so alles geupdatet hier läuft das viertel ist dann auch warm dann gehen wir hier rüber na komm schon so da auch da ist heiß hier geht es weiter so ich weiß nicht wann dieses kraftwerk da oben einbricht das ist die frage hier fehlt noch ein stückchen damit das auch passt da ist es gewesen jetzt ist die frage wie hoch die last hier ist da kann man das irgendwie sehen 84 megawatt steht da heizleistung jetzt ist nur die frage wie viel verbrauchen wir hier kann das ja wohl sehen ich kann das jetzt immer weiter bauen bis das dann so ist hier geht auch noch was so da ist es auch nur wann ist alle dass die frage können hier natürlich noch was hinbauen da geht es auch noch so ja wir haben wohl genug heizleistung das krankenhaus nehmen wir auch noch mit wenn es eins ist oder ist eine feuerwache weiß nicht ok da ist der anschluss da lang ok ist überall wenn das letzte haus hier auch noch freuen wird ne beziehungsweise grün ist es ja nicht sondern anders feierig ok ok die seitenstraße hier ist noch nicht passt jetzt müsste man mal gucken wo der nächste ist da oder da eigentlich müsste man jetzt mal so eine hauptader erstmal verbinden damit man das hat das ist dann geht sie irgendwo rüber geht noch nicht mal rüber ne wasserleitung ist nirgendwo hier rüber verbunden auch sehr interessant und da drüben da geht es aber hier sind wir schon das war eine sapkasse so der ist es jetzt fehlender leistung hier noch verbinden wo ist denn hier eine verbindung bitteschön da nicht hier geht es lang hier geht es lang so jetzt aber hier kommen zack 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 das passt so dafür noch ein stückchen und dann fließt es da auch definitiv schon mal hin hier kommt es auch an da auch und ich glaube jetzt haben wir es verbunden untereinander hier fehlt noch ein stück in der mitte so aber wir sind immer noch mit leistung da jetzt ist es glaube richtig oder da fehlt noch ein stück und letzte meter hier noch so jetzt geht das auch und da haben wir es jetzt endlich hingekriegt dass das auch passt ja aber die heizung funktioniert noch und die anzeige sagt ist noch reichlich da der geht auch noch nicht runter die frage ist kalt draußen ja eigentlich schon so das haben wir auch schon die sind auch angeschlossen hier ist zwar nicht viel aber ein bisserl die kriegen auch warmes wasser hier fehlt noch so ein kurzes stück hier fehlt es noch in der mitte das machen wir auch noch gerade fertig die da kriegen kein warmes wasser oder wie sehe ich das doch auch so hier kam es von der anderen seite das heiße wasser da auch so bis dahin ist fertig da auch da haben wir ruhig rein läuft ne so so also hier war jetzt wahrscheinlich die verbindung gar nicht nötig so wie sie gebaut hat naja da ist noch ein kurzes stück das muss auch noch so fertig läuft alle haben heiße wasser die kriegen es gerade auch noch passt da ist ein häuslein ohne heißes wasser da fehlt es dann geht das auch top geht nicht oder hat schon da fehlt es ja wo wo fehlt hier das heiße wasser ist jetzt irgendwie komisch dass es hier nicht geht jetzt die leistung weg oder wie sehe ich das ich glaube jetzt ist hier nicht genug mehr von den stationen die wir haben jetzt müssen wir gucken dass wir halt da drüben mit hier verbinden und dann müssen wir da noch den anschluss hinkriegen nach da unten wo läuft das wasser hier nur lang glaube ich hier so ziehe um die ecke ich glaube jetzt haben wir ein großes netz hier 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 gut und wie geht es hier rüber ok ich glaube hier lang kommen jetzt gehen wir da drunter dort werden auch alle schön orange so jetzt müsste es passend sein oder dafür ein stück sind alle bereiche verbunden das sollte mit dem alles verbunden sein hier fließt auch heißes wasser da bauen wir es auch noch hin so dann müsste das viertel auch aktiv werden aber da fehlt dieses stück noch deswegen ging es nicht ok da kommt das wasser jetzt auch gleich hin läuft aber es ist noch reichlich vorhanden wohl ja da läuft es auch lang das wasser ist die frage ob wir hier unten unbedingt runter müssen ist aber abgedeckt auf jeden fall jetzt so leitung für da ist hier oder kriegen jetzt auch heiß wasser weil hier das stück fehlte funktioniert erst mal hier hinten muss wohl noch was gebaut werden so sollte auch klappen für die ecke genau so und den rest den machen wir in der nächsten folge dann weiß ich nicht ob wir das alles schaffen aber es sind auch einige braune flecken da die dann orange werden müssen und wenn wir das dann auch haben dann sind wir denke ich mal wieder gut unterwegs oder so wie sieht es geldmäßig aus fast zwei millionen noch obwohl wir die ganze zeit am bauen sind zu zuschauer sei schon bewohner sind auch da 76 sind auch positiv überrascht 20.000 haben wir jetzt jeden monat plus noch das ist eigentlich eine ganz gute zahl können wir gerade noch mal ausbauen dann müsste das jetzt auch gleich wasser kriegen genau das sieht doch ganz gut aus haben wir noch solche ecken wo war ein heiß wasser haben wollen irgendwo eine zwischenverbindung fehlt ich glaube nicht doch hier muss auch so was sein das stück fehlt da wahrscheinlich und den rest müssen wir dann gucken dass wir den beim nächsten mal wie gesagt machen hier unten fehlt immer noch da ist es das stück wahrscheinlich und siehe da da wird es auch war so kurzer blick noch hier rüber aber das sind andere probleme die herrschen müssen wir uns dann in der nächsten folge auch wieder angucken ich bedanke mich auf jeden fall erstmal recht herzlich für zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss